Wir sind zurück mit dem Bano von Murkywater, eine weitere Mission, die... ...vielversprechend klingt und spiel ich es. ISK-Sony gegen 180 und... ...Karuhai. Damit dürfen jetzt eine EMB-Bombe klauen. So, die Möglichkeit bei der... ...grosse Schwierigkeiten kann ich euch jetzt gleich auch zeigen. Den... ...zettet ihr die... ...auf den Zugdächern. Das ist das Hauptproblem. Diese Drohnen... ...kann man... ...a, nicht zerstören und b, überwacht sie den Hof sehr gut. ...und unsere Mission... ...bestitt... ...und vor allem haben... ...vor allem haben sie dich einmal gesehen, als du trotzdem unterm Zug warst. Ja. Das hat uns den Run mal so... ...dermassen vermasselt bei... ...über rechts Welle. Ich weiss auch, bin ich bei wie hoch die Stufe schon war. Keine Ahnung. Die Frage ist, wo platziere ich ihn jetzt? Da ist ein Mülleimer. Müll-Container. Okay, und der hat schon ein Material, das wir brauchen. So, die Frage, komm ich an das Material ran. Ne, der bemerkt mich sofort. Ich muss dich schon mitnehmen. Gut, ähm... Ich zeige doch, was ich wollte. Ist da, äh, der Anschlag da verschauen, wo die Materialien sind, da... ...bis ein bisschen zu riskant. Ich wundere es aber, dass die Drohne noch gar nicht aktiv ist. Oder sind die nur auf einer höheren Schwierigkeitsgrad aktiv? Das weiss ich nicht. Ich weiss es auch... Oh nein, oh nein, da oben. Jetzt sind sie aktiv. Es sind nicht alle, okay. Manche liegen, manche sind... Okay, Gott. Frage beantwortet. An die Tafel ist man nicht oben. Da weiss ich also nicht, wo was ist. Okay, da brauchen wir einen Schneidbrenner. Den müssen wir noch suchen. Hier haben wir ein Paket. Und zu den Werkzeugen, die man brauchen. Ihr könnt sehr leicht lokalisieren an den Geräuschen, die sie machen. Die die Arbeiter hinterlassen. Dann wisst ihr... Ah, da ist es. Sehr leicht zu erkennen. Da ist nur Zusatzloot. Ja, da brauchen wir aber auch einen Schneidbrenner. Nein, da braucht man schon Terminpaste. Die habe ich gerade zum Glück. Okay. Da haben wir nicht wissen, wohin damit. Das ist nichts, die aus dem Magen zu holen. Hm. Deshalb... Wir platzieren die erst mal hinter den Laser und dann müssen wir da nicht später nochmal durch. Stimmt. Oh. Oh. Ups. Gut. Gut, das wäre erledigt. Gut. Seine Pistole hat mich gerade erschreckt. Buh. Hat die einfach so... Das kommt. Ist. I'm gonna guard. Hat die Vorsicht noch zu bewegen. Ja. Ja, kommt in deinem Recht. Nein, doch nicht. Geht. De Lone. Keine De Lone. We're good. Okay. Okay, gut. Ein Computer. Scheiße. Die Drohne ist weg. Genau da oben. Komm an diesen Zug gerade nicht dran. Wo oben? Ich... Da ist der Wagen eher relevant. Da ist der Wagen eher relevant. Er hat auch keinen. Wir brauchen hier eine Schlüsselkarte. Dann gehen wir wahrscheinlich in den Untergrund und suchen da die Materialien. Oh. Komm, 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 komm. Ich habe schon mal vor, dass sie weniger Wachen rumlaufen und weniger Drohnen auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe den mit mehr gerechnet. Er kommt daran verschont, dass ich es meistens immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Okay, ich habe den gefunden, wo auch die Festplatte drin ist. Oder wo man die viel mehr braucht. Mhm. Oh Gott. Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß es leider nicht wie du da runter gekommen bist, sonst würde ich dir helfen. Ich weiß es leider nicht wie du da runter gekommen bist, sonst würde ich dir ja helfen. Es geht schon. Ich... kommt da unten zurecht. Ich weiss nur nicht wie gerade die Kameras stehen. Okay, die Schlüssel gerade habe ich gefunden. Sind da mehrere, weil du Karton hast? Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung wo der Ausgang ist. Der Eingang oder wie auch immer. Beim Startpunkt, da kann man rein. Da war ich gerade, da habe ich nichts gefunden. Ich gehe einfach die Treppe runter. Also da wo die Züge sind. Und der... Jetzt einfach ausserhalb, an der Wand, da ist die Tür. Und ich hole dich ab. Ich hole dich ab. Okay. Sobald... Der Wachmann mir nicht gerade im Weg steht. Stay back. Der macht mir jetzt gerade ein bisschen zu sehr. Ah, ich habe es glaube ich... Ja, ich habe es gefunden. Ich sehe einen Guard. Ja, du hast es gefunden. Sobald in eine andere Richtung bewegen. Vielleicht in den Korridor. Bisschen weiter rein. Jetzt habe ich dich. So, noch mehr... Zusatzzeichen. Wo ist denn die zweite Karte? Hast du dich? Moment. Nein, nein. Ich höre. Du sagst ja du hast die beiden. Dann... Hier. Nein, das ist falsch. Moment. Jetzt muss ich mein KZ wieder zurecht finden. Da. Hört man am Radio. Da wo der Radio läuft, da sind doch die Schlüsselkarten. Okay, hab so. Derjenige der den Schneidbrenner ist auch gerade irgendwo in der Nähe. Ja, der ist gerade da. Dann haben wir jetzt die Materialien. Mhm. Vielleicht ob ich die alle unten liegen lassen kann. Ich habe jetzt keinen weiteren mehr gesehen. Hier runter spaziert. Zack. Schmeißen doch einfach da runter. Da können wir jetzt sonst wieder dort kommen. So, komm her. Ich muss mir jetzt zeigen, wo die Festplatten waren. Ich habe nur gesehen, wo man so einsetzen soll. Nicht wo so liegen. So. Ich meine das gesagt zu haben. Okay. Also wenn sie hier unten sind, dann sind sie irgendwo oben. Alter. Da oben sind die scheiß Drohnen, ey. Ja. Toll. Eigentlich wollte ich meine Beute zu der anderen Beute legen, aber da komme ich jetzt gerade gar nicht hin. Ach, bewegt euch doch da weg, bitte. Ach, bewegt euch doch da weg, bitte. Die meine Richtung zu schmeißen geht nicht. Ich gehe einfach außen rum und fertig. Ah, jetzt bewegen sie sich weg. Toll. Ich werde ruhig außen rum gehen. Zack. Gut. Okay, ich gehe von der anderen Seite. Muss ich nicht durch das Lasernetz. Die Bräume? Nein. Gut. So. Wo wirst du sie hin haben? Ah. Da sind die Festplatten. Und er will sie da oben haben. So, ich suche da mal wieder den für die Festplatte. Mhm. Dann kümmere ich mich schon mal um die Beute. Ja. So. 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 So lange die Drohnen still liegen. Auf der anderen Seite. Okay. Gut. Das zweite Teil habe ich. Okay. So. Ja. So. 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 jetzt komme ich hier mit dem bombenteil hat die frage ob ich noch weiter suchen wir waren doch in allen oder nicht vielleicht gibt es noch weiter zurück aber ich würde doch lieber sagen wir gehen lieben ja mir sicher hier werden sie gewesen an dieser tafel kann man ablesen wo was ist ok normalerweise steht sie eigentlich doch unten hinten irgendwo ab dass sie gleich am anfang ist da sind wir blind von vorbei gelungen das wahrscheinlich nur auf diesem schwierigkeitsgrad so wenn ich mich täusche ist es gerade der erste versuch gewesen das bombenteil schon jetzt drei sehr gut war eine gute entscheidung das heute noch zu machen aber jetzt glaube ich jetzt das glück auf und was das level ab auch noch bekommen aber trotzdem noch ein weiteres level ab womit ich genügend punkte haben es wird zwei leichen koffer naja egal das kriege ich das kriegst du auch noch hin so an der stelle beenden jetzt die mission und den part und würde auch freuen wenn ihr dann beim nächsten mal wieder einschaltet wenn es dann wieder weiter geht mit payday 2 das backhaus ohne x89 und keanu und bei 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 Vielen Dank.